Die Technologie-Partnerschaft zwischen dem BSD und BMW hat einen sehr hohen Stellenwert. Wir haben hier richtig gutes Know-how, wir haben die beste Expertise und die modernste Technik, damit wir unser Material perfekt für den Winter abstimmen können. Der BMW Windkanal ist mittlerweile über 15 Jahre im Betrieb, zählt dennoch zu den modernsten, die es gibt. Die Physik ändert sich nicht, die Strömungsqualität ist vorragend. Der Windkanal ist hier bei BMW so einzigartig, dadurch, dass hier so viel Erfahrung mit am Tisch sitzt. Der ist riesengroß, wir können hier unseren Viererbop reinstellen, wir können perfekte Messungen machen, die ganze Technologie ist auf dem neuesten Stand und die Ergebnisse, die wir haben, sind von der Präzision her unerreicht sonst. Die Aerodynamik im Bobsport ist natürlich essenziell, weil es der einzige Fahrwiderstand ist, den man beeinflussen kann durch die Fahrposition, durch die Form des Bobs an sich. Also es kommt auf jedes Hundertstel an und es ist wirklich wahnsinnig entscheidend, dass wir jedes Hundertstel rausholen. Auch wenn wir ein eng gestricktes Reglement haben, so ist es doch immer noch möglich, kleine Nuancen rauszuholen. Die optimale Sitzposition im Bobsport ist extrem wichtig, vor allem, weil wir durch diesen Start und den Einstieg nicht immer perfekt und unter Laborbedingungen eben sitzen können, sondern im Winter ist es immer ein bisschen anders. Und nur durch eben ganz viele Versuche, ganz viele Tests hier auch im Windkanal wissen wir, was wir machen müssen und kommen dann immer wieder in die Idealposition und können somit auch den geringsten Windwiderstand eben in der Bahn erreichen und die schnellsten Zeiten fahren. Jede Messung bringt einen Erkenntnisgewinn und stimmt die Fahrer optimal aufeinander ab. Das, was wir vorher immer nur vermutet haben, können wir hier messen, testen und haben das dann schwarz auf weiß als Ergebnis und dadurch haben sich eben einige Sachen schon ergeben, was uns jetzt im Winter weiterhelfen. im Winter